hallo und jetzt kommen meine lieben freunde zu minecraft episch ja meine lieben freunde in der heutigen unterbaren folge werde ich jetzt erst mal trinken das ist wichtig und in der heutigen Folge auf jeden Fall werden wir wunderbar Wunderbar mach ich eigentlich immer die Tür zu können während wir hier mit Deadly Monsters anfangen und mit uns mit dem Mod beschäftigen ich weiß gar nicht was das so richtig ist um ich glaube genau das kann so leistet entgegen für mich morgen war das haben wir so ein herz macht uns dass man nachschauen ist die Kuhnjahr um ich glaube aber er haben das komische kümmern die die hier muss sein um die Kündigung im in der Raum mit nicht mehr und mit dem abfahrt Kondon grüßenwein da gebrochen 3 Diamantzen und und global er fichteln nicht drin sein an den fichten fichten bauen ach so wir wollten die die wenn man das wirklich im nächsten Mal versprochen auf jeden Fall um er hat noch um der kann ich gar nicht braun so nennen im noch nicht nicht und ein und die sich zu tun ja das das ja kristina nicht gut zu haben und dann können wunderbar eben mal die Tonklumpen brennen und dann sind wir werden und schon fertig gelassen gut zu hören ich habe ich sagte es jetzt einfach mal ich will nicht so krasser also er Lass gern leckern und die Wettbewerb sie wird die Glocke und dort kommt die Ende und wir machen mit mehr zählen alle können echter Schrecken weg mit dir um die Kanäle richtig zum Ende des Videos werde ich die Einwander wunderbar werfen aber erst mal werde ich den wunderbaren Weihnachtsbau machen reichen wunderbar der Verstattung die jetzt und denn den wunderbar also ich werde hier ich dachte der wäre viel größer das ist hier so ein Pipi-Tail ach der geil komm wir stellen zur Dekoration einfach mal komm wir stellen zur Dekoration einfach mal um wunderbar mit Weihnachtsbaum wunderschön die die so jetzt gehen wir erstmal schlafen ok der spürt hier um 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 auf jeden Fall jetzt also in den liefsten die Folge werden wir auch definitiv die wieder machen das steht fest um in den nächsten weiteren Folgen werden wir die Geldliebungen und fertig bekommen ja das ist so der auf jeden Fall ähm ja und dann werden wir dann der Dekoration zu Ende bringen um ja auch nicht zu viel krass okay Prozent welchen glas schütteln geht neun ich einfach mal an klar das kann ich nochmal mal das klassen n 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 um die Nachricht um auf jeden Fall er wird jetzt trotzdem nochmal weiter mit dem Motto ein das ist ein Kackhaufen um also den möchte ich mir jetzt nicht irgendwo hinstellen weil die in Tränker kaufen das habe ich mich schon immer gefragt ich kann sie irgendwas reinpacken was ich nicht weiß aber nun gut was das Barbecue Weyer Komm das können wir jetzt nochmal drauf brauchen wir noch Eisengitter und ein bisschen wir suchen jetzt eben mal Schlint das sollte ja irgendwo hier Prozent ja wenn nicht dann die immer schnell was fahren denn da hinten war eigentlich müsste das kein Problem sein ja aber bisher finde ich noch nicht also wird doch langsam ach hier kritisch gut äh dann Eisen ne 2 ja 2 und wir gehen jetzt hoch Kraft in ein paar wunderbare Eisengitter da ja dann können wir das hier auch wunderbar Kraft ok ähm packen wir das mal mit hier rein ok gut ähm ja ja wo man mal gucken tut es oh moin ok ähm gut gut den pattern werden wir noch da rein tun und dann gucken wir immer wo wir dann mit der Ende Perle dann dort rauskommen das wird mich nämlich sehr sehr interessieren aber jetzt werden wir erstmal die pattern wieder da rein tun und ich weiß auch nicht warum da geschenkt ja ja moin mega hat der mir einfach jetzt Geschenke gebracht warte mal warte mal äh kann man das dann schnell verbrauchen ich baue es jetzt einfach mal ab wie und bringt er mir wieder welche aber warum brauche ich Geschenke Hilfe Hilfe oh Digga das sind voll die Geschenke echt geil na für Geschenke ja ja ich bin äh ja gut äh wir werden jetzt hier erstmal in die Schablon noch ein und dann das das echt wir werden jetzt hier eine Perle werfen 1 2 3 3 3 3 ja äh ich sollte das lieber normal werden vielleicht haben man guckt ich bin mir nicht sicher an in der 3 3 3 3 3 wir haben noch ganz viele 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 9 9 7 5 5 was wir morgen für Geschenke haben packen 10 Tage Geschenke aus kann man eigentlich damit machen okay wir werden übernächste Folge auf jeden Fall herausfinden was man damit machen kann ich möchte kann man nicht mehr hat sich irgendwie komisch angehört vielleicht war das ja der Mann der Geschenke gebracht hat ich bin mir nicht sicher kann man halt nicht ändern ich esse es noch nicht kommen übrigens ich kann ein Zürich doch so wenig hat immer wieder einen kleinen Trick angekündigt man drauf auf ich habe das jetzt wunderbar gegessen und ja jetzt sage ich ähm und sage tschüss und aus wiedersehen na Ciao